Ich habe einfach im Internet nachgeschaut. Eigentlich habe ich gesehen, dass die Arbeiter suchen, habe ich mal angerufen und habe mich beworben und somit wurde ich aufgenommen. Ich bin mit einem sehr gut ausgebildeten Kollegen mitgefahren und somit hat er mir das alles sehr schön gezeigt und ich habe das schnell kapiert. Also für mich persönlich das Fahren mit dem Fahrmischer ist für mich sehr interessant, dadurch dass immer verschiedene Bauscheln sind und für mich ist das immer eine neue Herausforderung, die Bauscheln reinzufahren und somit sind alle dann zufrieden, wenn man alles schön perfekt macht. Also vor allem bei uns bei Wofinger ist alles super organisiert, also zum Beispiel Dienstführung, Mischmeister, die Mitarbeiter, alle Kollegen sind eigentlich super und ja, würde ich dann gerne empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.